Den verwirrten Blick auf Brainiacs totem Gesicht werde ich immer genießen. Selbst als ich ihm den Kopf abriss, verstand dieser Außerirdische nicht, wie ein Affe ihn besiegen konnte. Ha 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 ha! Ich durchschaute Brainiacs Technik schnell und vergrößerte meine telepathische Kraft immens. Dann versklavte ich die Menschen, die nun den ihnen gebührenden Platz einnehmen. Doch mein Sieg über dieses Geschmeiß war nur der Anfang. Dank der Kontrolle über Brainiacs Kräfte bin ich der größte Eroberer, den das Universum kennt. Alle Welten werden vor Imperator Rad niedergeniehen.